Hallo Leute und herzlich Willkommen zu MCDP 1 Folge 3 zusammen mit SDMX8. Moin moin Leute, alles ist gut? Okay, ich würde sagen wir gehen direkt drauf, oder? 3, 2, 1. Alter, okay, so. Leute. Wieso sind unsere Öfen weg? Haben wir die abgebaut? Achso, ach, ich dachte Nils und Marvin sind da hingekommen, weil die haben ja eine Folge vorproduziert. Oh. Diese Kiste können sie nicht aufmachen, oder? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich würde sagen, wir verpissen uns jetzt. Also in dieser Folge müssen wir hier weg, weil es ist zu gefährlich hier. Weil wir sind jetzt schon seit zwei Folgen. Wow, hier ist einfach eine Hexe gespawnt. Oh mein Gott. Da habe ich keine In-Game-Sounds, aber das ist gerade egal. Hast du die, äh, hast du die Deine? Ja doch, ich habe doch In-Game-Sounds. Alter, wie da einfach eine Hexe kam. So, Deine Stücksache? Ja. Ich habe das Obsidian. Oh, sorry, sorry, sorry. Ich habe sie dann schon abgebaut. Die Obsidian hat mir erreicht, ja. Wir kommen ja nicht an, ich glaube ich. Dann hatte ich jetzt gesagt, wir schauen jetzt wirklich noch komplett in Höhlen. Ja, und danach verpissen wir uns. Weil, wenn wir zu lange hier sind, finden die uns. Oder könnten wir uns finden. Oh. Ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme. Oh, genau. Ähm. Ja, ich komme, ich komme mal an. Also hier ist ein riesiger Lavasee, komm mal besser zu mir. Aber ich glaube, diese Höhle, ich glaube, da finden wir nichts mehr, weil wir hatten vorhin so viel Glück, dass wir... Oh Gott. Elsa, pass auf. Ich habe keinen Bock, dass ich hier das alleine machen muss. Geh. Geh. Ja, und was ist unser Öfen? Ja, Mann. Oh, oh, scheiße. Ich habe ein bisschen Panic. Aber es kann... Also ich würde sagen, wir erkunden hier noch ein bisschen die Höhle. Notfalls könnten wir auch noch eine Folge aufnehmen, aber ich würde gerne schon ein bisschen weg von hier. Ja, natürlich schon. Weil ich weiß halt nicht, wie die anderen drauf sind. Ob die jetzt Lust haben zu töten oder eher nicht. Ich glaube zwar eher nicht, aber man weiß ja nie. Diamonds. Sogar Diamonds probiert du wirklich. Was ist mit Diamonds? Diamonds haben wir jetzt noch. Ja. Ja, eigentlich schon. Aber wie viel Diamonds? 17. 17 sind es, glaube ich, genau. Was ist jetzt die Frage, willst du mir machen, ob ihr... Wir brauchen natürlich gerade eh... Erstmal Brustplatte als erstes. Weil Schwerter können wir... Eisenschwerter können wir auch sehr gut verzaubern. Falls wir keine Dias mehr finden sollten. Ich finde die Brustplatte wieder. Wir brauchen eine Eisenbrustplatte gar nichts. Er bringt eine Diasenbrustplatte gar nichts. Wieso meinst du? Ach, hier ist schon wieder alles geredet. Meine Eisenbrustplatte hat genau gleich viel äh... Oh Gott, jetzt schau kurz. Na ja... Mir hat deine Eisenbrustplatte eben genau recht viel äh... Guts wie äh... Eine Diamonds. Hast du eigentlich jetzt auch eine Hose? Du bist Full Iron, oder? Ja, ich bin Full Iron. Okay, gut. So, ich bin jetzt auch Full Iron. Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Mach keine Faxen, ne? Ich habe schon einen Bogen, das ist relativ gut. Oh, Creeper, Creeper. Eieiei. Das würde ich sehen im Chat. Oh, Alter, ich weiß nicht, wieso mein Bein zittert so hart gerade. Ich weiß nicht, ob ich einfach Hunger habe, oder ob ich einfach so nervös bin. Oben ist noch Gold, oder? Oben war noch Gold. Äh, warte mal. Ich habe... Ich habe noch... Ich habe zwei Goldblöcke. Mehr noch nicht. Äh, was hier? Äh, da oben... Da oben ist ein Creeper. Ja, vielleicht ein bisschen... Gut, aber das Geile ist, wir sind jetzt nicht mehr One-Hit von dem Creeper, weil wir... Hier, kommst du mir, hier kommst du mir. Ich geh jetzt genügend Gold, sonst. Ich muss kurz was essen. Aber wo bist du denn? Ah, hier drüben, oder? Hier nicht. Bist'n du lang? Oh Gott, das sind ja Zombies und alles. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Hier. Aber Eisen trotzdem mitnehmen, weil Eisen kann man nie genug haben für einen Amboss dann später. Oh ja, jetzt... Oh mein Gott, ich wäre fast... Ich wäre fast ins... Äh, Gold... Äh, ins Lava reingelaufen. Ah, ein Lava-Eimer könnten wir eigentlich auch mal noch machen. Dann für den Freit. Gut, das ist jetzt noch nicht so bestätigt. Oh, wie krass. Das ist jetzt noch ein Plan. Komm, wir machen zu. Ich bleibe noch in der Mine, aber wir rotieren jetzt gleich. Was? Äh, wir fahren jetzt hier noch kurz in die Mine ab, aber... Ich sitze doch in die... Ich mach mich Kobelson und dann... Äh, ich weiß nur... Was, warst du hier schon wo? Ich war hier schon. Aber ein Gräber hat leider so ein bisschen alles weggesprengt. Ist nichts mehr. Ähm... Okay, ja, dann machen wir noch ein bisschen Cleanstone und dann verpissen wir uns. Bist du, Kreditsche? Komm zu mir. Was? Wo bist du? Bist du bei mir? Äh, nein. Wo bist du? Ist ja auch nirgendwo dein Name. Ah, doch, warte. Ah, nee. Hä? Egal, komm einfach zurück zu unserem Ofen. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Äh, ein bisschen Eisen reinschmeißen. Hier ist dein Problem. Wieso? So, ich... Keine Ahnung, du bist. Bist du nicht mehr, wo du bist? Ey, ich hab so Angst, dass plötzlich von irgendwo ein Creeper kommt. Also. Aber gut, ja, wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr One-Hit. Eine Tappe bis jetzt. Kannst du noch ein bisschen Koppeln? Und rein tun. Wo rein machen? Koppeln. Ah, Gold. Ja, klar, warte mal. Nee, nicht Gold, Koppel. Das hier. Koppel. Ja, warte, Gold hab ich nicht viel. Ich mach kurz das Gold und danach Koppel. Ich hab elf Gold. Ja, mach das unten rein. Dann können wir oben danach. Komm, wir craften einfach nochmal in den Ofen. Nee, nee, nee. Jetzt rein. Komm. Ja, Koppel. Ah, nee. Gravel-Olz. Wollte ich... Wollte ich Gravel reinmachen? Ja, dann mach ich hier Eisen rein. Genau. Hier Eisen und da. Dann müssen wir uns schauen, wo wir hinbekommen. Obst die Mane mit? Diamonds nehm ich mit. Und Kohle nehm ich mit. Äh, Redstone. Superbohr, Papier. Kleine Fleisch. Holz auf jeden Fall. Warte, Birkenholz kann ich mitnehmen. Das kann ich stacken. Kannst du das hier mitnehmen? Ich nehm... Gravel. Gravel nehm ich auch mit, weil wir Dings... Wir Flintstone. Kappen nehm ich, Pilze nehm ich noch mit. Äh, Setzlinge nehm ich noch mit. Fleisch und Knochen. Ich glaub wir wollen ja nicht zaubern, oder? Also Zaubertränke machen. Wir wollen kein... Nee, nee, komm ich erst... Nee, okay, gut. Dann brauchen wir, glaub ich, die Bräder. Jetzt ist die Frage, wollen wir... Die Weibflotieren, weil ich von jetzt ein bisschen... Ein Klima hat nicht zu fronten. Ich weiß nicht, Alter. Nee, ich würde sagen, wir könnten auch... Weil ich habe nicht mehr so viel Essen. Wir könnten auch kurz nach oben gehen, weil ich meine... Wir sind jetzt einigermaßen... Aber das Problem ist, in 6 Minuten schaffen wir es. Ja, okay, das stimmt. Ja, okay, dann graben wir uns einfach irgendwie in eine Richtung. Möglichst das... Kannst du kurz auf die Koordinaten gucken, dass wir auf Ebene 11 sind? Wir sind Ebene 11. Jetzt gerade Ebene 11. Können wir hier uns reinbauen? Hier? So, kurz unsere Brechung haben wir kämpfen. Sind wir auf Ebene 11? Ja, das ist ja. Okay. Ich will ein bisschen mehr in diese Richtung. Ich möchte schon mal die Workmenschap... Okay. Können wir uns noch einen Eimer machen? Ich habe schon einen Eimer. Was? Wieso? Lass doch die einfach. Achso. Ja gut, hier in der Höhle ist ja egal. Nein, 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 weißt du, ich meine, wenn die Leute kommen. Au. Was meine ich? Wenn die jetzt passiert. Unter, unter. Das meiste, dass wir gebraucht haben, dass wir es... Oh, in Achtung. Oh Gott, sorry. Ich schlug die ganze Tische, ich muss aufpassen. Da kommt auch noch Zombie. Alter, jetzt bauen hier überall Mops. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Weil du weißt, wir spielen, glaube ich, auf normal, auf schwierig sogar. Ich nehme halt noch die Öfen mit. Also nur einer, weil einer leer ist. Kommen sie. Ja, eben. Das ist ein bisschen das Problem, aber egal. Das passt. Ja, komm. Komm mal, komm mal. Dann bau dich so weit hinunter. Oder bau dich schon ein bisschen hoch. Bau dich schon ein bisschen hoch. Ich habe viele Vorteile. Aber pass auf, aufs Wasser. Ich muss dich kurz im Discord ein bisschen lauter machen. Bau dich jetzt ein bisschen hoch. Oh. So, dass du dich schon hochbauen. Ja. Glaubst du? Also wollen wir jetzt nach oben. Oh, hier ist noch lang. Das kannst du das noch abbauen. Aber einfach so, dass ich weiß. Einfach mal hochbauen. Oh, ich wäre fast vom Kies erdrückt worden. Nee. Ich brauchst nur bitte. Ja, ich... Echt? Dann gehen wir jetzt nach oben. Wollen wir noch eine zweite Folge in Vorproduktion aufnehmen oder einfach sein lassen? Ich glaube, wir können sein lassen, oder? Ich glaube, wir können sein lassen, weil ich habe schon gesagt, lass mir noch kurz und dann bleiben, bis ich noch kurz nach oben sehe. Alles wach. Alter, wir sind heute los, Jonas. Das ist zweitmal, als jemand in mein Zimmer kommt. Richtig unpraktisch, aber egal. ja bist du hinter mir gesagt ich komme jetzt gleich nicht ach so genau wir bauen danach mit clean stone zu ja dann wird ja ich kann mir vorstellen dass es auch ein paar leute gibt die uns ja ja ist ja noch ein bisschen zeit ohne ohne wir haben ein problem es ist wasser wir sind unseren sie auch mein gott weil ich baue mich in die andere richtung vielleicht ist da kein was ich habe keine ich war einfach kurz mit der diamantspitze ist ja egal scheiße ist auch wasser ja ich habe zugemacht ich glaube noch mal eine andere richtung doch nur dass da kein wasser ist da ist auch wasser was ich bekomme keine luft also ich habe es ja toll was machen wir jetzt war durch ja habe ich gemacht ist was habe ich gemacht ich muss also wir sind kurz unter der oberfläche aber vielleicht sollten wir auch noch bleiben bevor das wir wirklich ausgehen ja ich habe das wasser eigentlich gestoppt ja wir sind jetzt direkt über der oberfläche ich könnte mir schon ein gold apfel machen ja das bringt halt nichts ja ich habe sie nicht gesagt ich brauche bitte mal ein kraft ding ding wenn ich mir noch kurz eine machen das ding sie sind jetzt irgendwie noch so fünf blöcke unter der erde blöcke unter der oberfläche ich habe kurz ein kraft ding da kann ich noch kurz eine spitzhacke machen danke fünf sekunden ja das schaffe ich gut ach so du bist du bist ein bisschen so okay nice nice auf jeden fall es läuft es läuft ich würde sagen wir fahren jetzt dann so ein bisschen äpfel und vor allem fleisch und gucken für leder und äh zuckerrohr das ist so ja können wir machen was kurz privat ja klar ja ähm ok leute das war's mit dieser folge mcdp eins schaut unbedingt bei stmx8 vorbei erster link in der video beschreibung das war's bis zum nächsten mal Leute tschau bis zum nächsten mal tschau bis zum nächsten mal tschau